Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute mit einer richtig kuriosen Mitteilung und zwar hat es ein Droide geschafft, ein Feral Droide, einen Plus 14er Key zu heilen und die Gruppe hat den Key auch noch geschafft. Wie das Ganze ging, was der Dude noch so vorhat, erkläre ich im Video. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke und damit starten wir rein. Womit er die Indie geschafft hat. Also er war ganz normal als Feral Droide da drin, ganz easy und er hat das Talent mitgenommen, Herz der Wildnis. Fähigkeiten, die zu eurer gewählten Affinität passen, werden für 45 Sekunden erheblich verstärkt. Dazu hat er die Wiederherstellungsaffinität gewählt, also dass man Healing Spells hat und alle 5 Minuten konnte er für 45 Sekunden diese verstärken und damit heilen. Das klappt in der Theorie ganz gut, aber eben nur für 45 Sekunden alle 50 Sekunden. Was er jetzt noch gemacht hat, war, dass er den Eid des Druiden Ältesten mitgenommen hat als Legendary. Erhöht die Effekte von dickes Fell, astraler Einfluss, Schnelligkeit der Wildnis und Iseras Gabe um 75%. Heißt also, dieser passive Heal von Wiederherstellung wird um 75% gebufft. Das macht sein Passiv Heal schon mal wesentlich stärker. Und dann, wenn ihr in die zu eurer Affinität gehörende Gestalt wechselt, erhaltet ihr für 10 Sekunden Herz der Wildnis. Kann einmal alle eine Minute auftreten. Das heißt, er hat dann ganz normal in Katze Damage gemacht und einmal pro Minute ist er dann in die Form gegangen, die normale humanoiden Form, hat gehealt und hat für 10 Sekunden diesen Bonus bekommen. Das erfordert dann natürlich richtig gutes Gameplay der Gruppe, dass außerhalb dieses Fensters möglichst kein Schaden reinkommt. Heißt also, er kann nochmal 50 Sekunden zusätzlich vom Herz der Wildnis reinstecken zu diesen 45 Sekunden. Und so hat er das ab für 1 Minute 35 alle 5 Minuten. Das Ganze ist aber immer noch super, super schwierig und erfordert wirklich jede Menge Können, perfektes Timing und eine gute Gruppe, damit das nicht verkackt wird. Und ansonsten, weiß ich nicht, wenn ihr außerhalb zu hohe Spitzen kriegt, dieser Fenster, dem Herz der Wildnis aktiv ist, wird die Gruppe sterben. Aber nichtsdestotrotz, tolles, tolles Achievement. Bin sehr beeindruckt darüber, wie die Leute oder was die Leute teilweise für Sachen machen und herausfinden. Und wer jetzt noch meckert nach dem Motto, ja, weiß ich nicht, out of time, das schafft ja jeder. Die haben den Key in Time geschafft. Also, so viel mal dazu. Sie hatten beim Kill noch, ich glaube, um die 3 Minuten waren es auf der Uhr. Ähm, kann nochmal genauer reinschauen gerade. Ja, es sind fast 3 Minuten, die sie noch übrig haben, bei 10 Toten auf der Uhr. Also, hätte schlechter laufen können. Ich habe schon Runs mit Full-Equipten, Heilern und Randoms gesehen, die deutlich schlechter verliefen. Also in diesem Sinne, Respekt für diese Leistung. Video dazu verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ist ziemlich, ziemlich cool. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017